Hallo und herzlich willkommen bei Wetterkunde. Heute bin ich bei Wierdorf hier im Ticket und heute bespielt Vikings War of Clans. Viel Spaß! Okay und da sind wir auch schon beim Spiel. Luki's Truhe annehmen. Ich weiß gar nicht mehr wie es geht. Mein Account. Levisin. Annehmen. Beginnen. Ich habe keinen Clan. Annehmen. Und ich bin nicht im VIP. Annehmen. So. So. Was kann ich denn hier noch machen? Machst du schon? Annehmen. Luki's Truhe wieder in 10 Minuten. Da ist ein Treiboot. Ach so. Die kann ich ja erstmal, wenn eine fertig ist. Hier ist etwas. Das sind meine täglichen Queste, die ich machen muss. Energie des Helden ausgeben. Ein Dringlinge auf Level 1 Sesterin. Gibt es hier nicht noch was anderes? Okay. Viel Spaß. Gibt es hier nicht noch was anderes? Thomas. Post. Halten. Heilen. Wieder Beleben. Krieger. Ach. Da steht Heilen. Oh. Ich habe Helden gesagt. Ach je. D. Dreht mal mal D zum Clan bei. Später. Öffeln. Okay. Okay. Gibt es hier nicht irgendwie eine Dingens, wo sie sagen, zum Beispiel mach das, das ist besser für dich? So eine Vorgabeliste. Ah. Hier empfohlen. Beginnen. Verbessern. Kostenlos. Fertig. Beginnen. Verbessern. Kostenlos. Verbessern. Kostenlos. Beginnen. Verbessern. Kostenlos. Verbessern. Kostenlos. Hm. Beginnen. Beginnen. Verbessern. Und da muss ich jetzt warten. Okay. Aber ich habe hier schon mal vier Sachen, die wir abholen konnten. Kostenlos. 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 Trainings Tempo auf Level 1 Jawohl! Wenn ich das weitermache, mache ich hier oben nochmal eine Forschung. Forschung 1 1 Spionage Ja! Verbessern kostenlos. Dann machen wir hier Training. Verbessern. Verbessern. Baba! Ach, ich brauch das Internet. Ich geh raus, ja? Ja. Das ist besser in der Apotheke. Ich muss nicht wüsstern. Die hören dich auch so. Hingehen. Forschen. Helden. Okay, das geht noch nicht. Truppen. Das geht auch noch nicht. Ja, dann würden die wahrscheinlich auch nicht gehen. Schamane. Auch noch nicht. Training war das dann. Genau. Verbessern. Kostenlos. Verbessern. Kostenlos. Das geht erst ab Level 4. Wenn wir das schon mal so weit fern. Verbessern. Wir werden das jetzt noch mal fern. Kostenlos. Verbessern. Kostenlos. Verbessern. Kostenlos. Das geht alles erst ab Level 4. War das schon mal so weit fertig. Was war das gewesen? Training. Damit soll ich jetzt halbe Stunde warten. Gut, das kann man laufen lassen. Jetzt muss ich 10 Töter trainieren. Trainieren. Töter. Warte mal, ich mach erstmal nur 10. 20. Ach, der war einer. Puh. Ei, ei, ei. Schau. Ja, nicht da. Entschuldigung. Ich muss das jetzt nicht tun, aber es ist alles gut. Da steht wieviel? Einer mehr, einer weniger. Okay, drei Minuten bin ich jetzt am Trainieren. Deshalb, kann man das nächste schon machen? Nein. Ah, die ist noch ein Gang. Deswegen kann ich keinen anderen ausbilden. Ich verstehe. Baue lazeit. Weiter geht es nicht. Also wenn es blau ist, heißt es, ich kann nicht mehr weiter aufleveln. Das ist aber nicht. Das ist doch blau. Für Christian, der ist doch gar nicht blau. Aber er sei ja doch blau. Jetzt habe ich durch den Hund, den meine Frau benutzt hat. Einen kleinen Boorwurm. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Okay. Okay, okay. Alles auf Level 3 machen, ja, zack, zack, zack. Oh, shit. Und da ist noch ein Gebäude, hier ist noch ein Gebäude, Helden, und da ist noch ein Gebäude, hier ist noch ein Gebäude, und da ist noch ein Gebäude. Helden Set 1, Helden Set 2, ich habe aber noch ein Helden. Regner, Fähigkeiten. Lern Tempo ist auch wichtig. Und Bautempo ist wichtig. Energie verbrauchen, oder? Okay, ich habe sowieso nichts mehr da. Fähigkeiten fertig. Okay. Okay. Ah, das ist schon fertig mit. Gleich auf Höchststufe, die ich habe. Ich habe gar kein Sound. Ah. Fällt mir aber spät auf, ja. Ja, wie immer. Okay, Lazarett. Ich habe gerade gesehen, dass da noch ein roter war. Da gehen wir gleich mal hin. Der war hier vorne. Ah, die klein machen. Die Brücke. Jetzt ist die Brücke gelb. Okay. Okay, weiter geht's. Wir müssen noch ein, ein Haus bauen. Oh, das ist das falsche Gebäude. Das schloss auf Level 4. Das kann ich leider nicht vorstellen. Das kann ich leider nicht vorstellen. Ich habe 10 Blinder, Blinden, 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 Blinden. 10 Stück trainieren. Das dauert mal wieder 3 Minuten. 10 Sekunden. Einer dauert 10 Sekunden. 10 Stück wären 100 Sekunden. Warum dauern mehr dann länger? Ja. Kommisch. Das ist aber komisch. Okay. Hilfe. in einemmal, Blinden stimmst du auf. Nun. Es geht nicht um die Blinden. Im zweiten Unterbild. Deine Papischen Topf. Die Schwung ist auf. Die Schwung ist auf Berlin. Die Schwung ist auf dem. Das ist nicht um die Schwung. Red Town. Es ist immer so red. Und was kann man denn noch machen, also was ist das da, in der Stadt, Märsche organisieren. Das ist ausbilden, das war der Held, was kann man hier machen, im Lazarett, Leute heilen, es sind alle geheilt und hier kann man machen, im Herrenhaus nichts. In der Schmiede kann man was herstellen, dafür brauchen wir erstmal Sachen. Ich kann mal die Sachen kriege ich dann, wenn ich Angriff mache. Dann haben wir hier nichts, das kann ich hier machen. An der Mauer kann man auch nichts machen, hier kommt bestimmt Hafen hin, ein Markt, keine Ahnung. Holz, Steinbruch, kann man nichts machen. Ah, fertig, gut. Beim Sägewerk, bei Holz kann man nichts machen. Bergwerk kann man nichts machen. Gab es hier nicht mal ein Fass? Fass, äh, Fass, ein, ein. Ah doch, hier. Nahrung, Bauernhof. Das haben wir alles schon geschaut. Steinbruch, Bergwerk. Hier ist Fischdeck. Was kann man hier noch machen? Navigieren. Der Wachturm, ok. Was ist das hier? Heerenhaus. Das Bild noch aus, zwölf Minuten. Oder forscht noch. Aber ich habe das eine fertig. Dann kann ich jetzt die hier bauen. Wie viel waren das? 10 oder 25? Abgeschlossen. Abgeschlossen. Schauen wir nochmal. 10. Guck mal, hätte ich die vom 25 ausgebildet, hätte ich die fertig. Beim Blinden auch. Egal. 10. Ok. Gegenstände. Kann man hier Sachen kaufen, ok. Ressourcen. Booster. Boni. Und Militär. Meine, die ich habe. Ok. Post. Heilen Clans. Was kann man im Clan noch machen? Drei Spieler gibt es. Ich bin der Drittstärkste. Ich bin der Drittstärkste. Ich bin der Drittstärkste. Ich bin der Drittstärkste. Na gut. Ich werde mal sagen, das war es für heute. Ich habe bestimmt 10 Minuten schon gespielt. Ich bin der Drittstärkste. Ich bin der Drittstärkste. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.